Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Große SUVs und Pickups sind trotz relativ hoher Spritpreise derzeit am US-Markt gefragt. So steigerte laut der deutschen Presseagentur der Branchenriese General Motors im dritten Quartal die Auslieferung seines schweren Pickup-Modells GMC Sierra im Jahresvergleich um rund 46% auf gut 73.000 Fahrzeuge. Die Verkäufe von GM-Elektro-Fahrzeugen halten sich dagegen weiter in Grenzen. Die Auslieferung des Elektro-SUV Lyric stiegen von 36 Fahrzeugen vor einem Jahr auf gut 3.000. Vom Elektro-Pickup Silverado wurden nur 18 Fahrzeuge verkauft. Die Entwicklung am US-Automarkt gilt als ein Indikator für die Stimmung der Verbraucher in Zeiten hoher Spritpreise und Zinsen sowie Konjunktursorgen. GM steigerte die Quartalsauslieferungen in den USA insgesamt um rund 21% auf gut 674.000 Fahrzeuge. Bei Toyota gab es ein Plus von 12% auf rund 590.000 Wagen. Der Chrysler-Konzern Stellantis verbuchte ein einprozentiges Minus auf knapp 380.600 Fahrzeuge. Bei den deutschen Autobauern zeigten sich unterschiedliche Entwicklungen. Die VW-Tochter Audi steigerte die Auslieferung um 21% auf gut 59.500 Fahrzeuge. Bei BMW wuchs der Absatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 7,6% auf 83.949 Fahrzeuge. Für VW gab es dagegen ein Minus von 1,2% auf 87.756 Fahrzeuge. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.